Herzlich Willkommen bei Musikverein Frankhausen. In diesem Video möchten wir Ihnen unseren Verein sowie die Jugendarbeit vorstellen. Im Alter von vier bis sechs Jahren starten die Kinder mit der musikalischen Früherziehung. Spielerisch werden den Jüngsten mit Hilfe von einfachen Instrumenten wie Klangstäben, Triangeln oder Becken die ersten musikalischen Inhalte wie Rhythmus, Lautstärke und Tempo vermittelt. Weiter geht es in der Kreativgruppe. Hier können Kinder ab dem sechsten Lebensjahr erste praktische Erfahrungen mit einem Instrument sammeln. Dazu gehören Blockflöte und Saxonette. Diese Instrumente werden vom Verein zur Verfügung gestellt. Hauptbestandteil unserer Jugendarbeit ist der Einzel- und Gruppenunterricht an den verschiedenen Orchesterinstrumenten. Mit Beginn des siebten Lebensjahres startet dieser wichtige Teil der Ausbildung. Nach circa sechs Monaten Instrumentalunterricht können die Kinder erste Erfahrungen in unserem Juniororchester sammeln. Die ersten Auftritte und Bühnenerfahrungen sammeln die jungen Musikerinnen und Musiker im Jugendorchester und unterstützen das große Orchester bereits bei Prozession und Martinszügen mit dem Ziel, sich gemeinsam für den Übergang in das Hauptorchester vorzubereiten. Die Aufnahmen unser großes Orchester erfolgt nach drei bis fünf Jahren Instrumentalunterricht. In all unseren Orchestern und Ausbildungsteilen gibt es neben den Auftritten, den Schützenfesten und Konzerten gemeinsame Freizeitaktivitäten und Ausflüge. Unsere Coverband Tanzbar ist der Stimmungsgarant auf schützenfesten Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten. Auch hier werden regelmäßig unsere Nachwuchsmusiker an den verschiedenen Instrumenten der Bandbesetzung ausgebildet. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann sehen wir uns hier in der Dorfgemeinschaftshalle in Frankhausen. Wir freuen uns auf dich!